Hallo und herzlich willkommen bei Flo und Benze. Wir haben uns für heute ein Thema vorgenommen, was direkt auch dem Joko zuzuschreiben ist. Und zwar geht es um die Frage, du hast einen Mitarbeiter, wo du denkst, der hat riesiges Potenzial, der ist richtig dabei, aber in Wahrheit bringt das nicht auf die Straße, irgendwie kommt davon nichts. Ja, die Frage, wenn du Mitarbeiter hast, wo du dir denkst, oder einen, oft ist es so, du hast einen Mitarbeiter, wo du dir denkst, der hat richtig, der hätte richtig Potenzial, aber der tut dann nicht so richtig. Du denkst dir, das gibt es ja nicht. Irgendwie, wenn ich mit ihm spreche oder so, dann denke ich mir, boah, der könnte in alle Richtungen, der könnte richtig andere vielleicht sogar mitreißen und der könnte auch inhaltlich und fachlich was bewegen, aber in Wahrheit, ja, dann ist es meistens nichts oder blöde Ideen oder so. Sogar. Ich finde, bei dem Punkt das Gute ist, wie du es eigentlich auch begonnen hast und ich finde, das ist die Stufe, die wir vielleicht zuerst aufgreifen sollten oder bei der beginnen sollten, nämlich, wie du gesagt hast, wenn du mit dem sprichst oder mit ihr sprichst und merkst, so und so, dann haben wir, finde ich, schon den allerersten wichtigen Schritt, den wir, glaube ich, zuerst besprechen müssen, weil wir dieses One-on-One-Gespräch immer wieder, also wir hatten ja eine Folge, glaube ich, wo wir schon relativ ausführlich darüber gesprochen haben, aber wir haben es auch immer wieder erwähnt in diversen Kontexten von Loben der Mitarbeitenden, auch in informellen One-on-One-Gesprächen, das informelle Kennenlernen von Mitarbeitenden, damit ich vielleicht Probleme vorhersehen kann und jetzt haben wir dann eigentlich nochmal diese schöne Stufe, dieses Potenzial herausholen aus dem Mitarbeitenden, was ich aber eigentlich auch nur machen kann, wenn ich diese informellen One-on-One-Gespräche irgendwie in diesem Rhythmus drin habe, weil, deswegen war das eigentlich sehr schön, wie du es aufgerollt hast, dass man ja dafür, dass man dieses Potenzial einschätzen können sollte, müsste, wie auch immer man das sagen möchte, ist ja eben eine Kenntnis des Menschen notwendig und das passt ja eigentlich sehr, sehr gut auch in unsere Ideen oder Konzepte, die wir jetzt immer wieder ansprechen, nämlich dieses auch informelle Kennenlernen und quasi das Team im Blick haben, weil ja dieses Kennenlernen tatsächlich nur funktioniert, wenn man die Menschen auch wirklich kennenlernt. Also es kann quasi nicht funktionieren, indem ich immer in meinem eigenen Büro sitze sozusagen und nie irgendetwas mit dem Team zu tun habe oder das Team halt nur in ganz bestimmten, sehr arbeitsspezifischen Kontexten sehe, in einem Projektmeeting, in einem Schurfix, in einem Quartalstreffen oder wie auch immer, sondern da geht es eigentlich genau darum, dass ich die Menschen so weit kennenlerne, dass ich vielleicht besser einschätzen kann, welche Potenziale überhaupt drinstecken, weil das ist ja quasi, jetzt fällt mir dieser Spruch nicht ein, den wir immer aus der NFL, aus dem Football so gern immer gesagt haben zum Thema Potenzial. Vielleicht fällt uns der noch ein, der war nämlich ganz interessant, so ein bisschen ein Gag. Ich glaube, du meinst Potential means hasn't done anything. Ja, genau, genau, ja, genau. Also quasi das Potenzial zeigt, also zeigt quasi an, was man noch nicht geschafft oder gemacht hat und gleichzeitig muss man das aber natürlich, quasi jetzt Spaß beiseite, diesen lustigen Spruch beiseite, ist ja finde ich das das Interessante dann, dass man diesen, dieses Potenzial, was man noch nicht geschafft hat, das muss man, das müssen ja beide Menschen abdecken können oder verstehen können, sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeitende selbst. Und ich finde, das ist ein super Start, dass man sagt, deswegen ist ein Wohnungsgespräch auch wichtig, weil es einfach so viel Potenzial hat, daraus irgendwas zu entwickeln, finde ich. Absolut, absolut. Und ich möchte fast ergänzend dazu sagen, aus gegebenen Anlass, dass einfach so ein Treffen außerhalb der Firma einfach super stark ist. Also wir waren gestern aus der Firma raus ein bisschen wandern und waren dann beim Heurigen und das ist halt einfach wirklich ein Bonding, was dort entsteht und du lernst die Mitarbeiter und auch die einfach ganz anders kennen und von oben bis unten sozusagen, also oberste Führungsriege, wo du einfach ins Gespräch kommst, bis zu allen Mitarbeiter, die du halt, mit denen du eh oft zu tun hast, auch mit denen ist es spannend, mal über andere Dinge zu sprechen als über Arbeit und manche einfach so ein bisschen außenrum, mit denen du vielleicht sonst eh gar nicht so viel Kontakt hast, einfach mal zu sehen und wie die zu Sachen stehen und einfach eben, was da dahinter liegt sozusagen und gerade jetzt in Zeiten von, wo ganz viel sowieso nur über virtuelle Möglichkeiten stattfindet. Also das war wieder wirklich gelungener Abend gestern und Nachmittag und wenn du darüber nachdenkst, also ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie sozusagen hintenher gezahlt haben, aber ich glaube, da steht schon in einem sehr vernünftigen Verhältnis zueinander, was du gewinnst für die Firma und für zukünftige Zusammenarbeit und sich auch dort mit der Frage dann, wie einfach auch mit Schwierigkeiten und Konflikten anders umgegangen werden kann, weil sich die Leute eben besser kennen. Also ich bin ein großer Fan der One-on-One-Gespräche, wie du es eingeführt hast und einfach ein zusätzliches Werkzeug oder eine zusätzliche Maßnahme kann einfach sein, dieses packen wir uns quartalsweise, halbjährlich, wie auch immer, zusammen, machen einen schönen Abend, verbringen Zeit miteinander. Das hat viel mit Wertschätzung auch zu tun und alle lernen sich besser kennen. Und ich glaube, die Zusammenarbeit wird dadurch einfach besser werden. Ja, dieses Teambuilding-Thema ist ja, glaube ich, noch etwas, das wir sowieso mal ausführlicher besprechen müssten, vor allem, weil wir da natürlich auch mit dem Kurt drüber sprechen sollten eigentlich, weil das ja auch ein Riesenthema war, was wir ja damals gemeinsam schon beim Coachen gemacht haben, also das war ja auch natürlich ein Riesenthema für uns und das ist ja auch irgendwie so ein Teil der Remote-Leader-Idee, dass wir dieses virtuelle Teambuilding vielleicht ein bisschen abdecken können. Von dem her würde ich da jetzt gar nicht zu weit ausholen, weil wir dafür sicher noch einen eigenen Zeitpunkt finden. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was du gesagt hast, ist einfach dieses Bonding oder diese Wertschätzung auf allen möglichen Ebenen, weil dann sind wir quasi wieder bei diesem Punkt, wo ich am Anfang schon eingeführt habe, dass um dieses Potenzial ausnützen zu können oder ausschöpfen zu können, muss eine bestimmte Beziehungsebene erreicht sein, dass man die Person so weit kennenlernt, dass man das vielleicht ein bisschen aus, wie soll ich sagen, also irgendwie ausleuchten kann, was denn an Potenzial da wäre. Und was ich mir jetzt gerade frage, was glaube ich auch irgendwie interessant ist, weil wenn wir das jetzt so angehen, wie du jetzt eben erzählt hast, zum Beispiel, wir haben die One-on-One-Gespräche in allen möglichen Ebenen, die wir quasi die letzten Wochen immer wieder erwähnt haben, das heißt, wir haben das sowohl quasi ganz informell, dann haben wir das vielleicht auch strukturiert, wo es vielleicht mehr um die Arbeit, um die Prozesse geht. Wir haben vielleicht auch solche Teambuilding-Aktivitäten. Und dann frage ich mich jetzt, was natürlich sehr schwer ist, das irgendwie dann zu sagen, weil das ja fast schon ein Henne-Ei-Problem wird am Ende, weil wenn wir schon die Sachen vorher machen, wo vermutlich quasi diese Beziehungsebene schon einen ganz anderen Stellenwert hat, dann sind wir vielleicht schon gar nicht mehr bei der Frage, dass da ist ein Mitarbeiter mit Potenzial, der es aber nicht ausschöpfen kann aus bestimmten Gründen, weil ja dann die Hypothese wäre, was wir ja auch schon oft gesagt haben, da ist quasi eine gewisse Bindung zum Team und zur Arbeit. Das heißt, da ist vielleicht eine andere intrinsische Motivation dann dabei, besser zu arbeiten, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich dann sehr hypothetisch eben Henne-Ei, okay, wenn ich das schon habe, vielleicht ist das gar nicht mehr notwendig, aber dass wir vielleicht da nochmal in die Richtung eher denken, was ist, wenn ich die anderen Dinge noch nicht habe? Eben die Ursprungsfrage eigentlich, die wir von Jocko genommen haben, ist, wie gehe ich denn überhaupt damit um? In allererster Linie, ohne One-on-One-Gespräche, wie gehe ich damit um, wenn ich das merke? Ja, dann finde ich einen guten Punkt und ich glaube, vielleicht löst sich das Henne-Ei-Problem zumindest jetzt im Gedanken dann auf, wenn wir sagen, schau, es könnte ja sein, dass du zum Beispiel in das Team frisch hineinkommst, sei es jetzt von außen oder sei es von innen vielleicht, weil du einfach quer versetzt worden bist oder weil du aus dem Team heraus aufgestiegen bist und dann hast du vielleicht auch schon öfters gedacht, naja, dein Kollege oder deine Kollegin hat irgendwie noch, könnte noch mehr eigentlich, würde noch mehr gehen und oder du kommst eben von außen und gewinnst dann diesen Blick und musst dann natürlich deine Prozesse, deine persönlichen Aufsetzen, möchtest vielleicht aber nicht schon zu viele Veränderungen reinbringen und wartest vielleicht deswegen noch zu, zum Beispiel mit diesen One-on-One-Gesprächen, weil du irgendwie, weißt du, den Ball einmal flach halten möchtest für die erste Zeit, dass das wären Gründe, die mir einfallen, warum es vielleicht dann zu dieser Situation kommt und um ein bisschen die Auflösung zu bringen, was Jocko dann prinzipiell vorschlägt, ist ja in die Verantwortung hineinzugehen, also Verantwortung zu übertragen, er macht das natürlich immer sehr gefühlvoll, also er würde nie jetzt irgendwie hergehen und sagen, ja super, du bist jetzt für alles verantwortlich und wunderbar, mach das und wird schon werden und viel Spaß damit, nicht, sondern er hat einen sehr differenzierten Ansatz, der unter Anführungszeichen vom Mikromanagement bis zum, du hast das sicher alles im Griff, mach nur, reicht, also wirklich eine ganze Bandbreite und er sagt, das ist auch das Einzige, was Sinn macht und da muss ich ihm vollkommen recht geben, weil wenn du das einfach durchdenkst, ja dann ist es eben genau das, okay, du gibst dir mal eine kleine Aufgabe und diese kleine Aufgabe, wenn die gut erfüllt wird und die halt eben auch groß genug geschnitten ist oder sie lösbar ist, ja wunderbar, dann wissen beide, weil wächst auf beiden Seiten das Vertrauen und Vertrauen ist auch so ein Riesenthema, glaube ich, in der Führung und von dieser kleinen Aufgabe kannst du einfach so in eine ein bisschen größere Aufgabe gehen und immer weiter sozusagen das tun und bis du sozusagen dann irgendwo auf einer Ebene bist, wo du sagst, super, da brauche ich nur mehr sagen, das hätte ich gern, der andere checkt aber, ob er eh verstanden hat, was gemeint ist und du bist dabei und ich glaube gerade in so einem Fall, der vielleicht und ich glaube, das ist so ein bisschen die dahinterliegende Geschichte, dass es immer wieder passieren kann, du denkst an dieses Potenzial, an dieses Talent, was vielleicht dahinter liegt, aber durch zum Beispiel Unterforderung, wie in der Schule ähnlich, kann es dann sicher leicht passieren, dass derjenige halt ein bisschen gelangweilt ist in Wahrheit und sich denkt, ja, ich meine, das bringe ich eh locker zusammen, warum genau soll ich da jetzt mehr Energie reinstecken, ja. Was ich auch einen guten, also einen netten Gedanken oder nettes Wort oder Definition, wie auch immer man das sagen möchte, das dazu passt zu diesem Verantwortungspunkt, den ich super finde, so quasi so ausgeführt, dass es ja eben eine Verantwortung gegeben ist und dadurch wachsen beide Seiten, also die Person, die Verantwortung gibt und die es quasi dann aufnimmt, da wachsen beide dran, das ist quasi schön und da ist man dann nur quasi auch so eine, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber kurz gesprochen haben, über quasi dieses Empowerment, das ist ja quasi genau dieses Extreme Ownership, auch von Joko eigentlich, dass man der anderen Person, die empowert, eben diese Verantwortung zu nehmen und dann quasi für die eigene Arbeit eben diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, finde ich, auch ein sehr schönes, schöne, wie sagt man, also das finde ich ein schönes Bild, weil das ist dieses, also wenn man es übersetzt, ist, glaube ich, Ermächtigung wäre so das deutsche Wort dafür und selbst das ist ja auch, kann man natürlich überstreiten, ob jetzt irgendwie das Wort Macht, das da drin steckt, wie man das auslegt, aber ich finde das einfach sehr schön in so einem Kontext, dass man eine andere Person ermächtigt, irgendetwas zu machen und das ist ja quasi so ein halb passiver, halb aktiver Prozess, weil eben wie du es jetzt quasi erklärt hast, das ist ja das Schöne, weil man hat ja dann als Führungskraft die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme eine bestimmte Aufgabe und die vertraue ich eben einer Person an. Das heißt, ich muss quasi etwas abgeben und die andere Person muss das dann natürlich auch annehmen quasi, also das ist ja dann für mich genau dieses schöne Bild von Ermächtigung, das heißt, durch dieses Verantwortung geben, wird die andere Person ermächtigt, irgendein anderes Projekt zu machen oder irgendetwas weiterzuarbeiten und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, diese Übergabe, dieser Transfer eben einer Verantwortung und ich finde daraus sehr interessant, wenn wir das dann weiterdenken, wie das dann in das Konzept oder in den Gedanken von dem Potenzial passt, weil es ist natürlich auch immer eine Frage, reden wir dann vom Potenzial der einzelnen Person oder reden wir vom Potenzial der Aufgabe oder dem Potenzial für das Team oder für das Unternehmen, weil da gibt es ja nochmal ganz unterschiedliche Ebenen, also vielleicht gibt es noch mehrere, das waren jetzt so die ersten drei, die mir jetzt so ganz grob eingefallen sind, wo es dann natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen dann gibt, weil, und das ist quasi jetzt wieder so eine vielleicht Hypothese eher, dass sich natürlich das Geben der Verantwortung auf den unterschiedlichen Stufen anders manifestiert dann am Ende, weil natürlich, wenn du Verantwortung nur für deinen eigenen Arbeitsprozess bekommst, ist es was anderes, als wenn du quasi sofort Verantwortung bekommst für das ganze Unternehmen, ja, also eben neue Mitarbeiter, neue Mitarbeitende und dann wirst du gleich zum, weiß nicht, zum CEO des London Office, wirst du gleich hingeschickt, so ja, hier übrigens, mach mal das Quartalsmeeting mit dem großen Chef von der internationalen, vom internationalen Unternehmen, ja, ist wahrscheinlich nicht so schlau, also um das mal quasi so zu sagen. Ja, das ist sicher schwieriger. Ich möchte ein bisschen dort einhaken, wo du gesagt hast, dass dieser aktive und passive Anteil, der sozusagen notwendig ist und da auch eben ein bisschen diese Aktivität herausstreichen, die auch durchaus beim Mitarbeiter und der Mitarbeiterin liegen kann. Ein Beispiel, was Jordan Peterson jetzt wieder gebracht hat im neuen Buch Beyond Orders, wo ich jetzt endlich lesen darf und es geht sinngemäß, dass er wo er essen war und sinngemäß in der Kellner approached hat, also mit ihm gesprochen hat, über die Veränderungen in seinem Leben und es war eben genau das, er war sozusagen für sich selber grantig, würde man auf Deutsch sagen bei uns, war grantig auf sich selber, dass er halt sozusagen, trotz, glaube ich, College-Ausbildung, halt dann im Restaurant kellnert, ne, und hat sich sozusagen damit schlecht abgefunden, dass er das getan hat und hat jetzt scheinbar innerhalb von einem halben Jahr dann erkannt sozusagen, ja, okay, ich muss da was ändern auf dieser Ecke, hat dann für sich selber beschlossen, okay, ich könnte auch einfach mal einen guten Job machen und mich bemühen und ist jetzt innerhalb, ich glaube, die Zeitraum war ein halbes Jahr oder so, schon zum dritten Mal befördert worden bei einer scheinbar so einer internationalen Restaurantkette und das macht natürlich einen Unterschied, das macht einen Unterschied auf dem persönlichen Income, also in der Geldbörse, ne, wenn du dann entsprechend befördert wirst und, ich glaube, viel wichtiger, es macht auch einen riesen Unterschied, wie du dich einfach fühlst, wie du einfach zu deinem Leben selber stehst, gerade wenn du dieses Resentiment, sagt man auf Deutsch dann eigentlich, also dieses Resentment in sich trägt, die ganze Zeit, weil man unzufrieden ist mit dieser Lebenssituation und in dem Moment, wo du beschließt, daraus was zu machen, ich glaube, dann ist einfach, das ist alles viel einfacher sozusagen und da eben dieser aktive Part bei ihm sozusagen das zu erkennen und zu sagen, okay, entweder ich lasse bleiben oder ich mache es gescheit, das finde ich halt super stark und ja, ähnlich, ich habe letztens schon Ed Scheiner erwähnt mit den Karriereankern und auch dort sagt er, naja, wenn du was vorhast karriere-technisch und in deiner Position dich verändern möchtest, intern, in der Firma, dann ist es sehr wohl und sehr wichtig, dass du in deiner Verantwortung siehst, dass du halt kommunizierst, was sind deine nächsten Schritte, wo möchtest du vielleicht hin, weil niemand kann dir helfen, dabei die richtigen Schritte in Vorbereitung zu bringen oder mal anzufühlen oder mal anzudenken und so, wenn du das nur tief in dir denkst und dann beleidigt bist, warum nicht schon wieder du zum Zug gekommen bist und das bringt mich ein bisschen direkt quasi wieder zurück zum 1 zu 1 Gespräch, wenn du die schöne Gelegenheit hast, dass dich dein Vorgesetzter und deine Vorgesetzte dort eh schon einladet dazu, wunderbar, dann mach dort den Mund auf und trau dich dort entsprechend, wenn es diesen Rahmen nicht gibt, weil es einfach das Werkzeug dazu nicht gibt, ja dann lass dir was anderes einfallen, wie du, was weiß ich, bei einem netten Kaffee oder requeste dieses Meeting einfach selber zum Beispiel und sage einfach lieber was auch immer, lass uns doch bitte, lass uns doch bitte über Dinge sprechen, die für mich wichtig sind, ja und da diese Verantwortung, ich glaube, die kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie wichtig das ist, dass sich der Mitarbeiter selber in dieser Verantwortung sieht und die auch entsprechend wahrnimmt, ja. Ja, absolut, also ich kann quasi alles nur unterstreichen, weil irgendwie das ja wieder super zu dem Startpunkt des Potenzials dann auch wieder passt mit, ja, Potenzial ist das, was man noch nicht geschafft hat sozusagen, aber das impliziert ja irgendwie, dass man weiß, was man schaffen könnte sozusagen, weil es ist ja dann kein Potenzial, wenn ich nicht mal weiß, wohin ich mich entwickeln kann oder möchte und das passt dann jetzt zu dem letzten Punkt, zu der letzten Story, die du gesagt hast, nämlich, wenn ich selber nicht die bestimmten Ziele vor mir sehe, dann, naja, also eben, wohin soll ich mich dann entwickeln, es wird ja nicht einfach so dann irgendwas kommen und das finde ich ja dann wieder einen sehr schönen Kreislauf des Ganzen, weil, also sowohl für Führungskräfte als jetzt auch für die Mitarbeitenden ist das ja eine Sache von, man kann nicht oder es macht keinen Sinn zu 100% auf die andere Ebene zu vertrauen, dass dort irgendetwas kommt und finde ich das letzte Beispiel jetzt und unterstreicht das für mich nochmal, nämlich, wenn es das Werkzeug, die Methode oder den Rahmen von One-on-One-Gesprächen nicht gibt, dann heißt das nicht, dass ich als Mitarbeitende oder Mitarbeitende dann mich dem Schicksal ergebe und mich nie mit meiner Führungskraft versuchen werde, informell auszutauschen und sie kennenzulernen, dass eben irgendetwas weitergeht. Und auf der anderen Seite muss man eben genau das Gleiche wieder für die Führungskraft-Seite sagen, ist die einfachste Möglichkeit, das Potenzial der Mitarbeitenden, was sich ja dann letztendlich auch auf das Unternehmen niederschlägt, herauszufinden, ist, indem man bestimmter Rahmen setzt und dazu gehört quasi das Kennenlernen, dazu gehört Verantwortung geben, dazu gehört quasi dieses Empowerment, dass man stufenweise irgendjemandem mehr Verantwortung gibt. Also das ist ja quasi wirklich eine Sache, die jede Stufe für sich angehen kann. Und das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, wo ich am Anfang gefragt habe, naja, aber wie können wir damit starten, wenn wir quasi nicht schon diese tollen Voraussetzungen haben? Und ich meine, das hast du jetzt quasi mit der Geschichte auch super eingeleitet, dass es genau darum geht. Das kann jede Ebene für sich selbst Kick-Off machen und den Start machen, weil es gibt für jede Ebene einen bestimmten Punkt, wo ich ansetzen kann, mal dran zu drehen. Ich finde ja echt super wichtig, dass man das wirklich im Hinterkopf hat, dass es nicht wieder, also man muss sich quasi auch selbst empowern sozusagen, etwas in die Hand zu nehmen und dann zu machen. Ja, ich habe jetzt gerade übrigens mich probiert, ein bisschen reinzudenken in diese Situation und jetzt würde es mich interessieren, wie du das siehst, ob das sozusagen mehr meine Sicht auf die Dinge ist oder ob du glaubst, dass das eher so ein kulturelles Thema vielleicht bei uns sein könnte. Ich habe mir gerade gedacht, wenn du als Mitarbeiter oder vielleicht schon auf einer gewissen Führungsebene, aber halt mit deinem trotzdem Vorgesetzten, dann sprichst und sagst, du hättest gern diesen Job dort oben, weil der würde da irgendwie super reinpassen in was auch immer, in deine Entwicklung und hin und her. Irgendwie, also zumindest ich habe das Gefühl, also da spießt es sich irgendwie, so eine Anspruchshaltung oder ein Anspruchsdenken laut auszusprechen. Also da gehen sozusagen alle Warnhinweise in meinem internen System los. Und jetzt eben die Frage, ist das eher, glaubst du, bei mir oder ist das eher so ein kulturelles Thema bei uns, dass man das einfach nicht sagen kann, ich hätte gern den Job von meinem Chef zum Beispiel oder halt irgendwie ist ein bisschen quergesprungen da drüben, diesen Job oder so? Es ist insofern eine spannende Frage, weil es sicher kulturell auch irgendwie Zusammenhänge gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch von Unternehmensgrößer und Branche so ein bisschen abhängt, wie weit es quasi ersichtlich ist, wie man überhaupt sich in der Leiter vorwärts bewegen kann. Angenommen, also wieder rein theoretisch, das ist nur flache Hierarchien und es gibt quasi null Aufstiegsmöglichkeiten, weil es gibt halt nur, ich weiß nicht, eine Führungsposition, die irgendwie vier Länder weiter ist, weil dort quasi die zentral ist oder wie auch immer. Dann kann ich mir vorstellen, dass dort die Unternehmenskultur halt nicht so ist, dass man sagt, ah ja, ich möchte dort drei Länder weiter, weil ich meine, ja, das ist vielleicht nicht so realistisch, als wenn du jetzt im eigenen Unternehmen eigentlich zwei Büros weiter jemanden sitzen hast, wo du denkst, ja, aber dort möchte ich gern mal hin. Und was ja auch finde ich da so eine spannende Sache ist, was natürlich sehr, 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 sehr schwierig ist, egotechnisch das quasi mit sich abzuhandeln, ist, normalerweise müsstest du in der Situation auch als Führungskraft, wenn das deine eigene Position ist, einfach nur, um wieder diese andere, diese Beziehungsebene so ein bisschen zu erreichen. Selbst wenn die Person so, ich sage jetzt mal, aggressiv formuliert, wie du es jetzt formuliert hast in dem Beispiel, also gutes, sehr plastisches Beispiel, dass so, hey, den Job will ich und wie geht man damit um, finde ich ein gutes Beispiel, weil man irgendwie genau hier, finde ich, dann nachfragen kann, diese klassischen Fragen, die hatten wir ja schon mal irgendwie bei, glaube ich, dem Kindergartenbeispiel, wo man quasi Eltern hat oder in der Schule, wo man Eltern hat, irgendwie sowas, die Person zu fragen, okay, wieso möchtest du das? Was gefällt dir an der Stelle? Was gefällt dir an deiner jetzigen Stelle nicht? Wie stellst du dir die Arbeit hier vor? Das sind ja quasi alles Sachen, wo man eben nicht das sofort irgendwie dismissen kann, weil, also wieder, wir wissen ja quasi noch nicht, allein aufgrund der Aussage wissen wir ja nicht, was quasi dahinter steckt. Vielleicht ist das ja so ein bisschen ein Versuch, eben das eigene Potenzial auszuleuchten, weil das haben wir quasi am Anfang gesagt, das ist ja etwas, das ich noch nicht geschafft habe und in vielen Fällen ist das wahrscheinlich ein Problem, dass man es noch nicht mal ausgeleuchtet hat, was überhaupt vor einem stehen würde und es kann sein, dass es so ein klassisches Shooting in der Dark ist, wo man sagt, ja, dort möchte ich hin und das ist ja quasi, okay, das ist mal eine Aussage und dann können wir versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. Also liegt das eben daran, dass man mit der eigenen Arbeit nicht mehr zufrieden ist? Glaubt man, dass man selber für, also eben selber mehr leisten könnte oder hat man überhaupt falsche Vorstellungen von der Arbeit, die man möchte? oder, also da gibt es, finde ich, eine ganz interessante Dynamik, wo man dem Ganzen viel näher kommt und halt versteht, was dahinter steckt und ich glaube, da kann man sehr viel rausholen, weil egal, was dann am Ende dabei herauskommt, das ist diese, diese Beziehungsebene hat halt unheimlich viel Potenzial, also das ist halt, da kann man ganz, ganz viel rausholen. Ja, das ist, was ich unbedingt unterschreiben würde und ich finde es halt oft sehr schade, weil mir kommt es manchmal so vor, aber wahrscheinlich sind es Mauern, die man sich denkt und die dann in echt wahrscheinlich gar nicht da sind zu sagen, das geht bei uns kulturell nicht oder das kann man hier nicht machen, weißt du, diese ganzen Supersprüche und in Wahrheit, was soll passieren, wenn man offen darüber spricht? Ja, genau das, was du gerade gemeint hast, ja, einfach zu sagen, lieber, lieber, lieber Chefin, ich hätte gerne deinen Job, was meistens impliziert und es wäre halt toll, wenn du quasi auch deinen nächsten Karriereschritt machst, also gleichzeitig, wenn du einen rauf springst, dann würde ich mir wünschen und würde nicht erwarten, aber das wäre mein Ziel, dann dir nachzufolgen, damit ist vielleicht auch dieses Sesselsegen sozusagen ein bisschen weg und aber selbst wenn es, was weiß ich, sagen wir eben irgendwo daneben ist, weil durch das Sprechen können auf einmal alle möglichen Sachen entstehen, man könnte Feedback geben und könnte sagen, also wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich habe das Gefühl, dir fehlt noch ein bisschen Erfahrung auf der und der Ecke, wenn du mich fragst, ich habe das Gefühl, dort, das wird nicht für deinen, auf dich draufpassen oder man könnte sagen, weißt du was, ich sehe dich dort in zwei Jahren, aber wir brauchen vielleicht noch dieses und jenes, müssen wir noch sehen und dort musst du dich noch hin entwickeln, ist ein bisschen ein Stretch Goal derzeit noch, ist einfach was, was vielleicht noch ein bisschen zu weit weg ist und wie lächerlich sozusagen im Gegensatz dazu diese Angst und Sorge, über solche Dinge kann man nicht sprechen. Ja, also ich finde, das Beispiel ist echt super, weil ich jetzt daran gedacht habe, dass es ja eigentlich so eine eine sehr menschliche, aber trotzdem irgendwie verquerere Sache ist, dass die Führungskraft, die ja in die Position gekommen ist, eine Führungskraft zu werden, hat ja quasi eben diesen Weg durchlaufen, jetzt ohne quasi mal festzulegen oder zu definieren, welche Schritte die Person gemacht hat, dass sie in diese Führungsposition gekommen ist und dann kommt aber quasi eine andere Person, die auch das Ziel hat, die Führungskraft zu werden und dann fühlt man sich auf einmal als Führungskraft voll angegriffen, dass, ja, aber wieso möchte die Person auch Führungskraft werden? Dabei vergisst man seine eigene Historie mit, ja, aber man war selber die Person, die quasi dafür gekämpft hat und gearbeitet hat, dass man Führungskraft wird. Also das ist, klar, massiv menschlich, weil es ja so ein Überlebensdrang ist natürlich, aber gleichzeitig einfach so ein bisschen amüsant, dass man natürlich so seinen eigenen Werdegang komplett vergisst, so wie nur ich darf Führungskraft werden, wieso sollte jetzt auf eine andere Person, wieso sollte die die gleichen Ziele haben wie ich, das ist ja verrückt. Also das ist irgendwie, die Dynamik ist, finde ich, ganz interessant, dass das dann auf einmal hintenrum wieder voll vergessen wird, was man selber gemacht hat eigentlich. Aber ich finde, man merkt da, wie viele, ich glaube, tief verwurzelte Sachen da mitspielen auf einmal. Also ich glaube, von mir gesprochen und ich spüre es aber jetzt auch bei dir gerade, dass da werken mehrere Gegenkräfte miteinander. Also irgendwie das Rationelle sozusagen zu sagen, ja, okay, das wäre sinnvoll und dann gleich, naja, kann man denn überhaupt? Und so. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wo ich es her habe, aber da ging es genau um diese Frage, wo du jetzt sehr, sehr geradezu negativ schon gesagt hast, naja, also alle vergessen, wo sie herkamen, wo das aber eigentlich genau umgekehrt geteilt, also argumentiert wurde, fast schon so 50-50 oder so, zu sagen, es gibt extrem viele Leute, denen das extrem taugt, wenn sie Leute sozusagen unter die, unter den, auf Englisch sagt man, under the wings nehmen, also unter den, das kann man wieder auf Deutsch so nicht sagen, unter den Flügel sozusagen nehmen und ihnen Sachen ermöglichen, ihnen Dinge zeigen, also das, was man im weitesten Sinne auch unter Mentorship verstehen würde, also einfach, aber eben nicht nur sozusagen Sachen zu zeigen, sondern auch wirklich Dinge zu ermöglichen, also zum Beispiel eben genau da eine Rutsche irgendwo hinzulegen und zu sagen, hey, das ist ein super Bursche, sie hat es voll drauf, bitte lasst sie dort einmal hin und lasst sie einmal zeigen, was sie kann zum Beispiel. Und interessiert mich wirklich gerade, wo ich das jetzt her habe, aber das, und das kann ich mir super vorstellen, weil ich glaube, ich hätte das auch in mir, also irgendwie zu sehen, okay, wie super ist das, wenn wer kommt und du siehst, super, eh, zurückkommen zum Potenzial, was wir gesprochen haben, mit dem wir angefangen haben, ja, da kommt wer rein, du denkst da, hey, das könnte es wirklich sein, dann fängt es an, je nachdem, gut, schlecht, vielleicht super, ja, und dann arbeitest du weiter und kannst die Person wirklich entwickeln und gibst dir dann die Möglichkeit, auf interessante Positionen zu kommen, wo sie hoffentlich auch hin möchte, im Sinne dieser, wie wir schon gesagt haben, dass man eben da intensiv im Austausch und im Gespräch bleibt, also ich finde, da sind halt wirklich, dann entstehen Dinge, und dann kannst du großartige Teams aufbauen, die auch dann sozusagen quer verteilt sind, also du bist dann halt irgendwie da, der Abteilungsleiter und dann hast du deine eigene Frau, die du ausgebildet hast, dann ganz woanders und dann wachst man beide nochmal weiter, also ich glaube, so entstehen wirklich auf längerfristige Zeit super, erstens Netzwerke, wie man so schön sagt, aber auch gleichzeitig eben super Teams, die, was glaube ich, das Um und Auf für das Gelingen jeglicher Arbeit ist und jeglichen Erfolgsfarm für das Unternehmen dann. Ja, ich meine, das passt quasi auch sehr gut zu, wieder zu dem Extreme Ownership Punkt, weil ich glaube, bei Joko ist ja genau das die Idee, dass die guten Teams kommen quasi nur dann weiter, wenn eben überall das Extreme Ownership sozusagen durchkommt und das schafft man eben genau durch die Dinge, die du jetzt quasi erwähnt hast, nämlich, dass man auf egal welcher Ebene die andere Person ermächtigt, irgendetwas zu machen, schön langsam die Verantwortung steigert, weil dann wächst ja das ganze Team mit, also das ist quasi so der Sinn der Sache, dass dann natürlich nicht irgendwie Feindseligkeiten, das Ganze beherrschen, sondern dann merkt man ja erst, was ein Team wirklich ist, indem man andere versucht, mit hochzuheben, sozusagen, also das ist ja auch irgendwie dann wieder der, ein ganz interessanter Blick auf das Ganze, dass das eben keine, keine klassische Competition ist, wie man so schön sagt, sondern es ist halt eine, eine gemeinsame Competition, also das ist jetzt natürlich ein schlechtes Wortbeispiel, aber ja. Also ich finde das super, was du gerade sagst, weil mir fällt da jetzt nochmal Peterson dazu ein, habe ich in einem Video gesehen, wo er das so schön ausformuliert hat, man kann sich gar nicht vorstellen, wie effizient manche Menschen sind und wie effizient man sozusagen allgemein gesprochen werden kann und das ist genau das, was in diesem Team-Aspekt auch drinnen ist. Dadurch, dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig zeigt, wie Sachen gehen und gegenseitig zeigt, wie ein Prozess zum Beispiel bedient werden kann, etc. In dem Moment hast du ja keine Ahnung, wie positiv sich dieses Team entwickeln kann, weil man eben als Menschen so in der Lage sind, eine bessere Effizienz an den Tag zu legen und dann Dinge in einem Tempo abgearbeitet werden, als funktionierendes und gutes Team, wie das geradezu niemand für möglich halten würde. Nur da ist, glaube ich, der schwierigste Punkt, den ich mir gerade gedacht habe, ist, dass man, also was ich ja vorhin schon kurz erwähnt habe mit diesem Ego-Überlebensproblem, natürlich, ist, dass das, und das hatten wir gleich ganz am Anfang, haben wir ja schon kurz darüber mal gesprochen, mit dem sich identifizieren, mit der Arbeit auf einer vielleicht schon ungesunden Ebene, wo man eben jedes Feedback oder jede Unterstützungsangebot eben als Angriff an die eigene Person nimmt. Und das ist dann natürlich quasi ganz andersrum der Teufelskreis, bei dem kein Team funktionieren kann, weil dann fühlen sich quasi alle angegriffen durch jede Art von Feedback, die man bekommt und dann geht das natürlich nicht quasi Stufe für Stufe nach oben, sondern geht es Stufe für Stufe nach unten, weil man natürlich nicht sich ermächtigt, sondern man zieht sich eben runter, weil ja alle irgendwie angegriffen sind von dem, was jemand gesagt hat, wenn jemand Hilfe anbietet oder so. Das ist halt, glaube ich, auch sehr schwierig, das sinnvoll zu kommunizieren vermutlich. Das ist, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, ich glaube, also ein super Punkt von dir, ich glaube, das ist einfach so extrem wichtig, da eben mit sich selber quasi nicht neben Reinen zu sein, aber wieder unser Lieblingswort zu reflektieren, was für Botschaften sende ich denn eigentlich daraus. Ich meine, das, was du ansprichst, ist ja sozusagen der klassische Umgang zum Beispiel mit Fehlern. In dem Moment, und das war bei meinem ersten Praktikum der Fall, da gab es vom Chef den Ausspruch, na, irgendwer muss gewirkt werden. Also wenn du quasi immer wissen willst, so, warum ist das jetzt passiert und wer ist schuld daran? Ja, natürlich fängt immer dieses Blame Game, wie man so schön sagt, an. Also die Schuld zuweisen, jemanden suchen, der letztendlich dann schuld ist, den man dann, weiß man nicht, eine Standbauke hält oder wie auch immer man sich das vorstellt in solchen Systemen. Anstatt darüber nachzudenken, okay, wie hat es eigentlich zu diesem Fehler kommen können? Aha, na, wir haben da, weiß ich nicht, keine Checkliste oder so. Aha, vielleicht sollte man eine Checkliste da anbauen. Oder es gibt so viele andere Gründe, ja, also warum, weiß ich nicht, da hat die Informationsfluss gefehlt. Okay, warum hat da der Informationsfluss gefehlt? Ja, weil, fällt mir jetzt kein Beispiel an, ja, aber, es gibt so viele Möglichkeiten und dann kann man darauf hinarbeiten, dass sozusagen in Zukunft Fehler nicht mehr passieren. Das ist ganz ein anderer Zugang als zu sagen, du warst schuld und deswegen dein Problem, schade und im schlimmsten Fall quasi rauswurf, weil so ein Fehler darf nicht passieren so ungefähr. Und dann passieren diese ganzen negativen Spiralen, die du gerade erwähnt hast. Ja, ja, letztens zu, ja, ich glaube, das war so halbwegs sogar das Thema, auch wieder vom Jocker eigentlich ein sehr schönes Beispiel gehört, wo er darüber gesprochen hat oder er hat das Beispiel irgendwie so gebracht, so, angenommen, eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin kommt zu ihm oder kommt zur Führungskraft und sagt so, ja, irgendwas hat nicht geklappt und das ist, das war schlecht, das war schlecht, wie auch immer, dann ist quasi die, und es kann sogar sein, dass es da auch im großen Kontext um dieses Verantwortung übernehmen gegangen ist, aber da hat er quasi gesagt, naja, das, das allererste, was da die Führungskraft macht, ist zu fragen, was kann ich besser machen, damit du das nächste Mal das Projekt schaffst, was, wo habe ich dich zu wenig unterstützt, wo habe ich dir die Strukturen nicht ermöglicht, wo kann ich dir beim nächsten Mal bessere Anweisungen geben, damit du das schaffst und das ist quasi genau die Perspektive mit Verantwortung, ist dann nicht etwas, das man abwälzt, sondern auch quasi als Führungskraft empowerst du quasi dich selbst und den Mitarbeitern und den Mitarbeitenden, indem du den Ball quasi vorwärts spielst und quasi fürs nächste Mal das Ganze schon wieder hochhebst, indem du sagst, naja, aber was kann ich das nächste Mal tun, was habe ich jetzt zu wenig gemacht, wie kann ich dich besser unterstützen und nicht dann quasi nur auf die Person beziehen, ja, aber wie hast du denn gearbeitet, nein, nein, die Frage ist, wie kann ich dich besser unterstützen und das fand ich auch ganz interessant, das hat er natürlich sehr schön plastisch dargestellt mit dem Beispiel, aber es passt, finde ich, auch da jetzt sehr gut hinein, weil das ist ja genau dieses Potenzial, diese Beziehungsebene, die natürlich da sein muss, wo man auch so mit Mitarbeitenden sprechen kann, das so, wo kann ich dich da besser unterstützen und wieder, auch da ist ja dieses, das Ego, muss man abdrehen, weil, ja, also man sitzt als Team quasi im gleichen Boot und das ist quasi auch dann als Führungskraft das eigene Anliegen, dass das funktioniert, also mir als Führungskraft bringt das ja nichts, wenn meine Mitarbeitenden irgendwas nicht schaffen, also da muss ja quasi mein größtes Ziel sein, eben zu empowern, das Potenzial zu ermöglichen und auszuleuchten und das fand ich ein super Beispiel auch vom Joko. Absolut und mir ist jetzt, während du gesprochen hast, sowohl für deine vorige Wortmeldung, als auch für diese jetzt eingefallen, dass es sich ja doch eigentlich wirklich stark, wie mein Chef immer sagt, um das Vertrauen dreht, weil nämlich in dem Moment, wo du sozusagen davon ausgehst, dass irgendwer einen Fehler gemacht hat, weil er, weiß ich, vielleicht nicht mehr interessiert hat oder weil er, weil es ihm wurscht war oder irgend sowas, in dem Moment hast du ja kein Vertrauen und wenn du kein Vertrauen hast, na ja klar, dann schnappe ich mir den ersten her, so ungefähr und dann wird es vielleicht besser und dann haben die alle anderen Angst und bemühen sich mehr oder irgendwie so, ist wahrscheinlich die Denke. Und auch für das, was du jetzt gerade gesagt hast, in dem Moment, wo ich einem Mitarbeiter dann sage, so, was hätte ich denn besser machen können? Dafür muss natürlich schon eine gewisse Vertrauensbasis da sein und ich glaube, die ist einfach, ja, das Um und Auf, um all diese, diese positiven Aspekte zu ermöglichen, die du jetzt angesprochen hast, so schön. Also das wollte ich einfach unbedingt noch mit hineinwerfen in die Diskussion, dass dieses Vertrauen einfach vielleicht sogar die primäre Voraussetzung ist für, für alle diese Möglichkeiten, auch unter anderem dann ein, ein gutes und offenes One-on-One-Gespräch zum Beispiel. Absolut, das wollte ich gerade sagen, das schließt ja den Kreis eigentlich sehr schön zu, zu den One-on-One-Gesprächen, die wir schon erwähnt haben mit, also vor allem glaube ich, und da ist ganz wichtig rauszuheben auch deine Teambuilding-Geschichte, dass da vor allem die informelle Ebene das Vertrauen bildet und nicht das, dass ich jetzt ein wöchentliches Schuhfix mit, ein 1 zu 1 Schuhfix mit Mitarbeitenden habe, wo ich nur über die Arbeit spreche. Da wird nämlich genau das Gegensätzliche vom Vertrauen, sondern das wird entnehmen, okay, die Person vertraut mir nicht, weil ich jede Woche über meine Arbeit reden muss und ich nicht mal in Ruhe arbeiten kann, sondern ich werde ständig kontrolliert. Also das kann ich unheimlich schnell überschlagen, in das, ich werde kontrolliert. Da ist das Vertrauen dahin. Aber wenn ich das mit dieser informellen Perspektive sehe, dass einfach mich jemand auf dieser, sagen wir so, auf der Beziehungsebene rein menschlich sozusagen kennenlernen möchte, da entsteht ja Vertrauen, weil dann ist ja quasi eben diese Ebene eine ganz andere. Da geht es eben nicht, was habe ich in Arbeit geschafft oder was nicht, sondern naja, wie geht es mir an sich, wie komme ich mit allem zurecht, vielleicht eben als neue Mitarbeiterin in einer Firma, wie stehe ich zu den Kolleginnen und Kollegen, wie finde ich das Setup von dem Projekt. Also das sind ja quasi ganz andere Gespräche und da sind wir glaube ich genau dort, wo du jetzt quasi auch abgeschlossen hast, nämlich das Vertrauen ist das Wichtigste. und das kann man tendenziell nur über solche informellen Kanäle wirklich entwickeln. Was, wo ich noch draufsetzen wollte, weil du vollkommen recht hast, aber für die die One-on-One-Gespräche vielleicht ein bisschen neuer sind, also die Idee war, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die Agenda vorgibt für den konkreten Termin, wo das ja zwei Vorteile hat. Erstens, der Termin kann relativ leicht unter Anführungszeichen abgesagt werden, nämlich nicht was, was wirklich unangenehm ist von der Führungskraft, sondern von Mitarbeitern. Wenn sie einfach sagt, du, heute die Woche habe ich irgendwie nichts, passt, wenn wir es absagen. Und wenn nicht, kriegst du eine wunderbare kleine Agenda und beide können sich ein bisschen darauf einstellen und dann glaube ich auch eben, dass du dem entgegenwirken kannst, diesem, was du gerade gemeint hast, was passieren könnte, wenn man sich irgendwie ungeschickt anstellt, diese überwacht und überprüft werden Situation, weil die Inputs ja vom Mitarbeiter kommen, eher festlegen kann, um was es gehen soll und sozusagen das ganze Gespräch eben nur einen Rahmen hat, dass es überhaupt da ist, dass es die Möglichkeit gibt und dass die Inputs am besten vom Mitarbeiter und der Mitarbeiterin kommen. Oder ja, aber nur um es quasi vollständiger dazustehen. Genau, genau. Ja? Ich weiß gar nicht, ob mir noch was einfällt, weil es war jetzt eigentlich sehr schön abgerundet. Ja. Also, ja, im Sinn von wieder mal nein, ja. Nein, finde ich gut, ja, finde ich gut. Also, wir haben sozusagen gesagt, ja, diese Verantwortung, das Potenzial einzufangen, tragen ein bisschen beide. Klar, wenn du möchtest, dich dafür interessierst. Als Mitarbeiter ist es schon auch in deiner Verantwortung. Gleichzeitig, wenn du siehst, als Führungskraft, da liegt was brach, na ja, dann komm auch aus deinem Schneckenhaus heraus und schau, dass es dafür geht. Wir haben gesagt, das Um und Auf dafür ist Vertrauen, um einfach diese ganzen Prozesse, ich glaube, man könnte sogar sagen, diese ganze, zwischen all diesen Prozessen ist es die Schmier, die all das ermöglicht, dass das reibungslos eigentlich abläuft. Ich glaube, so weit könnte man gehen und ich glaube, wir bleiben dabei, dass One-on-One-Gespräche ein wunderbares Werkzeug sind, um auf der formellen Ebene, aber auch noch viel wichtiger auf der informellen Ebene, eben dieses Vertrauen herzustellen, sich besser kennenzulernen und damit einfach Möglichkeiten zu schaffen, um zum Beispiel auch nicht überrascht zu sein. Vielleicht kann man es so nochmal sagen. Ich wusste gar nicht, dass du drei Kinder hast zum Beispiel. Also ja, es soll vorgekommen sein. Ja, absolut. Also das ist ja, das hatten wir, glaube ich, vor vielleicht zwei oder drei Wochen, wo quasi genau das auch mein Punkt war, dass, also mir ist in der Zwischenzeit quasi noch ein Benefit von so One-on-One-Gesprächen eingefallen, nämlich genau der Punkt, den du jetzt gesagt hast, weil das ja auch eine Situation war, die ich quasi dann gebracht habe, naja, okay, wie, wieso, wie kann das passieren, dass dann auf einmal, wenn man sich irgendwie in einem größeren Team dann trifft und dann kommt man auf einmal darauf, ja, okay, da läuft irgendwas nicht. Also dann hat man ja tatsächlich irgendwas wohl eher falsch gemacht als Führungskraft. Also das ist ja genau der Punkt, wo man ansetzen möchte, ist, dass du möglichst alles im Blick haben möchtest und das soll jetzt quasi nicht als irgendwie, wie sagt man auf Englisch, Helicopter-Parent sein, sondern da geht es ja eben genau um diese, ich glaube, uns geht es ja eher darum, und das ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir damit jetzt wirklich abrunden können, uns geht ja quasi um diese, um die positiven Aspekte des Ganzen. Also uns geht es ja gar nicht darum, dass man quasi kontrolliert und dass man hier alle 100 Prozent Produktivität, alles super effizient, sondern uns geht es ja genau darum, gute Entwicklung hinzubekommen, individuelle Menschen zu entwickeln, Projekte zu entwickeln, das Unternehmen zu entwickeln und das schaffe ich halt nur mit diesem positiven Blick auf die Dinge und das ist ja ganz wichtig, weil es schwingt ja überall mit, also es schwingt ja auch bei diesen One-on-One-Gesprächen mit, da möchte ich nicht kontrollieren, wie viel, was die Person in der Freizeit macht, sondern da geht es darum, wann, wie, wie hast du überhaupt Zeit zum Abschalten, weil das ist ja quasi der Punkt und es geht ja darum, dass man eben etwas voranbringt und entwickelt und wenn ich dann merke in One-on-One-Gesprächen, Mitarbeiter haben null Freizeit, weil sie sagen, ich bin eigentlich jeden Tag bis 22.15 Uhr im Büro und dann bin ich um 7 Uhr im Haus wieder, dann ist ja die Verantwortung auch der Führungskraft zu sagen, wow, 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 wieso ist das notwendig? Wie, wie, wieder, wo kann ich dir Arbeit abnehmen, wo können wir Arbeit umschichten, wo können wir Arbeitsprozesse anders steuern, dass das nicht mehr notwendig ist, also du hast ja quasi eine ganz andere Verantwortung den Menschen gegenüber, das heißt, das muss ja quasi alles diesen positiven Blick haben und nicht das Negative mit kontrollieren und alles muss so und so ablaufen, sondern es geht quasi um diese Entwicklung des Ganzen. Ja, ich finde ganz gut, dass du das nochmal so explizit nennst, weil ich glaube, uns war es klar sozusagen, dass das gemeint ist, aber ausgesprochen haben wir es eigentlich eben noch nie so explizit, also darum finde ich das richtig gut, ja, also ich bin schwer davon überzeugt, dass das so ist und ja, ich glaube, dann können nur die, dann werden gute Dinge passieren, ja. Absolut, ja, absolut. Ja, hat mich gefreut. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich schön abgewandert. Tatsächlich, ja, hat mich sehr gefreut, hat mich sehr gefreut und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.